Matagos 30 Tipps für eine erfolgreiche Mathematik-Matura. Tipp Nummer 2, ihr solltet euch bei der Prozentrechnung auskennen. Deshalb hier nochmal eine kleine Auflistung. Wenn ihr euch p% von einem Wert x ausrechnen wollt, dann müsst ihr einfach x mal p durch 100 rechnen. Wollt ihr jetzt aber p% zu einem Wert x hinzufügen, dann kommt der Teil, den wir von Wachstumsgesetzen her kennen, dazu. Das heißt x mal 1 plus p durch 100. Währenddessen, wenn ihr p% abziehen wollt von einem bestimmten Wert, dann habt ihr immer x mal 1 minus p durch 100. Und wenn ihr den prozentuellen Anteil an der Gesamtheit berechnen wollt, dann müsst ihr einfach nur den Wert hernehmen und durch die Gesamtheit dividieren. Also Anteil durch Gesamtheit. Und wenn es um die prozentuelle Veränderung geht, dann eben immer die relative Änderungsrate hernehmen, also den neuen Wert minus den alten Wert durch den alten Wert. Und dann habt ihr auch die Änderung.